Sophie Reuss ist eine österreichische Schauspielerin. Leben und Werk Reuss wuchs in Ottensheim auf und machte im dortigen Lebensmittelgeschäft ihrer Eltern eine Lehre zur Lebensmitteleinzelhandelskauffrau. Ausbildung und Theater Reuss absolvierte ihre Schauspielausbildung von 1983 bis 1986 am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Ab 1987 hatte Sophie Reuss Engagements in Berlin, zunächst am Renaissance-Theater, am Theater der Freien Volksbühne und am Schiller-Theater. Seit 1993 gehörte sie dem Ensemble der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz an. Dort wirkte sie in zahlreichen Inszenierungen von Christoph Schlingensief, Christoph Martaler, Frank Kassdorf und zuletzt meist René Pollesch mit. In Inszenierungen Polleschs und Kassdorfs gastierte sie auch am Burgtheater in Wien. 1998 spielte sie die Buhlschaft in Hofmannstals Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Nach der Ernennung von Chris Derkon als Intendant reichte sie im Dezember 2017 ihre Kündigung bei der Berliner Volksbühne ein. Zur gleichen Zeit wurde Reuss für ihre Darstellung der Hexe in der Volksbühnen-Inszenierung von Faust. Der Tragödie zweiter Teil der Gertrutei-Soltring zuerkannt, den sie am 17. März 2018 feierlich erhielt. Die Jury würdigte, ihr langjähriges Bekenntnis zum Ensemble-Theater an der Berliner Volksbühne, und attestierte der Schauspielerin, Professionalität, inhaltliche Unbestechlichkeit und ungeheuren Spielwitz. Thomas Oberänder hielt die Laudatio. Ab der Spielzeit 2022-2023 wird Reuss wieder zum Ensemble der Volksbühne gehören. Film und Fernsehen Ihre erste größere Rolle hatte Sophie Reuss in Detlef Bucks Roadmovie Wir können auch anders als Dorfkneipenwirtin Nadine. Bis Ende der 1990er Jahre hatte sie verschiedene Rollen in Film- und Fernsehproduktionen, unter anderem in Der kalte Finger, Engelchen, Der Hauptmann von Köpenick und Die Siebtelbauern. In der Krimi-Fernsehreihe Tatort stellte Reuss Roxane Aschenwald dar, die den Tatort-Kommissar Moritz Eisner in seinem vierten Fall Passion und seinem sechsten Fall Böses Blut unterstützte. In dem 2001 angelaufenen Fernseh-Dreiteiler von Heinrich Breloa Die Manns »Ein Jahrhundertroman« verkörperte Reuss Thomas Manns Tochter Erika. In der schwarzen Komödie »Fräulein Phyllis«, Regie »Klemens Schönborn«, von 2004 war sie in der Hauptrolle besetzt. 2008 war Reuss in Ina Weißes Spielfilmdebüt, dem Filmdrama »Der Architekt«, in der Rolle der Hannah zu sehen. Reuss erhielt für ihre Darstellung der Hannah Blum eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis 2011 als Hauptdarstellerin im Film 3 von Tom Tück war. 2012 war sie als Kriminalhauptkommissarin Tamara Rusch im Polizeiruf 110 in »Die Gurkenkönigin« als Schwangerschaftsvertretung von Kriminalhauptkommissarin Olga Lensky alias Maria Simon zu sehen. In dem Filmdrama »Zum Geburtstag«, Regie Dennis Derkur, verkörperte Reuss 2013 die Rolle der Yvonne. Im Tatort »Der irre Yvonne« war sie als Rita Eisenheim in der Rolle der Täterin zu sehen. Tätigkeit als Sprecherin 2004 und 2005 sprach sie im vom Hörverlag und dem hessischen Rundfunk produzierten Hörspiel Adalent den Charakter Reni Sulawejo. Sie lieh ihre Stimme der Zeichentrickfigur Molly Monster sowohl im Kinofilm »Molly Monster«, der Film von 2015 als auch in der Reihe »Die kleine Monsterin«, die in der Kindersendung »Unser Sandmännchen« läuft. Seit 2017 ist Sophie Reuss Mitglied der Akademie der Künste Berlin. Auszeichnungen 2002 Adolf Grimme-Preis für die Rolle der Erika Mann im Fernsehmehrteiler Die Manns »Ein Jahrhundertroman« 2004 Nominierung für den Nestroy Theaterpreis in der Kategorie »Beste Schauspielerin« 2006 Deutscher Hörbuchpreis in der Kategorie »Beste Interpretation« für das Hörbuch Jane Eyrie von Charlotte Bronte 2009 Deutscher Filmpreis als »Beste Nebendarstellerin« im Spielfilm »Der Architekt« 2010 Deutscher Theaterpreis »Der Faust« für die darstellerische Leistung als Manuela in René Pollesch's »Mädchen in Uniform« »Wege aus der Selbstverwirklichung« 2010 Bayerischer Filmpreis als »Beste Darstellerin« für »3« 2010 Preis der deutschen Filmkritik als »Beste Darstellerin« für »3« 2011 Deutscher Filmpreis als »Beste Hauptdarstellerin« im Spielfilm »3« 2012 Theaterpreis Berlin »Für ihre herausragenden Verdienste um das deutschsprachige Theater« 2012 »Schauspielerin des Jahres« 2014 »Chevalier des Arts et des Lettre« 2016 Deutscher Hörbuchpreis in der Kategorie »Beste Interpretation« für das Hörbuch »Baber Dunjas Letzte Liebe« von Alina Bronski 2017 Aufnahme in die Berliner Akademie der Künste 2017 Gertrud Theisoldring für die Rolle als »Hexe in Faust« Der Tragödie zweiter Teil an der Volksbühne Berlin 2020 Deutscher Schauspielpreis in der Kategorie »Starker Auftritt in Rampensau«